Hallo zusammen, ich bin Matthias, ich bin Chemie-Laborant im zweiten Lehrjahr hier im Nestle Research Conufingen und möchte euch gerne etwas von meinem Alltag zeigen. Kommt doch einfach mit! Bei Nestle habe ich die Möglichkeit, Berufsmatur während der Lehre zu machen. Das heisst, ich gehe zwei Tage in die Schule in Bern, einen Tag Berufsmatur und einen Tag in die Berufschule. Hier bin ich zum Pulfereinwägen für unsere Mineralstoffbestimmung. Das heisst, ich möchte gerne wissen, wie viel Kalzium oder Eisen in diesem Pulfere drin ist. Bei dieser Arbeit hier ist die Arbeitssicherheit sehr wichtig, weil ich mit konzentrierter Salpetersäure arbeite. Darum lege ich auch Händschen und eine Schutzbrille an. Zusätzlich stehe ich auch noch hinter meinem Schutzfenster. Wenn du auch Freude hast an naturwissenschaftlichen Fächer, dann könnte es dein Lehrberuf sein. Hier wird die Probe in eine Plasmaflamme geleitet. Das Gerät findet dann heraus, welche Elemente und wie viele von diesen Elementen in dieser Probe drin sind. Was meinst du, ist das etwas für dich? Wenn ja, dann bewirb dich noch heute. Einfach. Schleifte. 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 Wenn noch ein Video machen.